So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich Plattiere Boomboxen in Believer Beach. Ich mache das Ganze gerade im Livestream zusammen im Luca. Wir haben eigentlich so kaum eine Ahnung, wo die wirklich sind. So da ungefähr grob, wo wir sie jetzt markiert haben. Aber ihr werdet natürlich gleich sehen, wie die aussehen. Aber ich sage euch jetzt schon, da ist die Hölle los. Weil das ist jetzt schon die dritte Mission, die genau da ist. Und das von vier bis jetzt. So, wir gucken mal hier gerade. Wer suchet, der findet. Weil der Hans meinte nämlich an einer Liege. Da läuft die Trulla rum. Ah, da ist schon mal eine. So sehen die schon mal aus. Werd ich, wer direkt gekillt. Ja, Luca ist nicht da. Also auf jeden Fall, so sieht schon mal die erste Boombox aus. Lol, Luca auch tot. Das war ja super. So, mal gucken, ob die zu der zweiten Boombox hingehen. Wahrscheinlich nicht. Oder? Dann ist die zweite Boombox bestimmt hier links, oder? Das ist natürlich jetzt ganz toll. Ich hole euch jetzt einfach mit. Video wird ein bisschen länger. Ihr seht gerade da links ein Lama im Wasser rumschwimmen. So, Hans, du bist jetzt unsere Hilfe. Wo ist die zweite Boombox? Ich sage ja, die Aufgaben sind ja an sich nicht schwer, wenn man weiß, wo man hin muss. Also die eine Boombox ist definitiv halt da am Kreis. Das ist klar, das haben wir ja jetzt gesehen. Ja, kommen wir mal in die nächste Runde. Fortnite hat wieder gar keinen Bock. Äh, tada, ne, UEFA. Ich glaube, der Hans weiß es selber nicht. Oder er ist gerade schon in der nächsten Runde. Das Schlimme ist, wir bräuchten ziemlich schnelle Lösungen. Wo ist das Konzert, Luke? Wo ist denn das Konzertgelände? Wie gesagt, eine Boombox war ja genau hier. Das ist nur die Frage, wo die andere ist. Eieiei, man sollte das nicht im Livestream machen. Dann kommt immer Komplikationen. Ähm, oder ist mal einfach eine neue Aufnahme? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, aber ich hole euch jetzt einfach komplett mit. Beim Anfang von dem Steg ist auch eine. Ah, okay, dann sind anscheinend mehrere drin. Also direkt am Steg soll eine sein. Dann gehen wir jetzt einfach da hin. Da, 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 da. Aber dann seht ihr jetzt mal auch, wie einfach das ja immer ist. Man geht einfach hin, drückt auf Aufnahme und Abfahrt. Das Problem ist, ich will das ja eigentlich immer in einer Runde haben. Ach, jetzt sagt der Hans am Maul. Ach, der Hans sagt, am Wohnwagen ist auch noch eine. Also es sind nicht nur zwei in der Stadt versteckt, es sind mehrere versteckt. So, da würde ich schon fast behaupten, dass es am Wohnwagen sogar jetzt einfacher wäre. Und da, wo der Bus. Weil die fliegen definitiv alle zum Strand. Ich sehe noch nichts, ich sehe immer noch nichts. Hier ist der Bus. Ja, ich habe es gesehen, wo der Typ hin ist. Und genau hier ist sie. Da ist die, hallo, das ist auch die zweite. Und so müsst ihr es einfach machen. Einfach genau vor dem Bus. Ich verstecke mich jetzt mal hier gerade schnell. Und da bedanke ich mich erstmal, dass ihr so lange durchgehalten habt. Also einfach ein bisschen hier rum gucken. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie es aussieht. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut herein. Hier rein. Hier rein. Hier rein.